Mach mal lauter hier, mach mal Rock, mach mal Party, so. Wir machen heute, wir schließen heute große Beziehungen in der kleinen Affäre, okay? Jetzt kriegst du Angst, ne? Kennst du das? Du siehst ein neues Baby und denkst, meine Fresse, ist das hässlich? Ist sie nicht süß, unser Amelie? Du fragst, wieso Amelie? Das sieht aus wie Gisela. Oder du sollst am Sonntagmorgen um neun beim Umzug helfen. Klar, gerne, wenn euch nicht stört, dass einer mit zwei Promille den Umzugswagen fährt. Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Super, man muss nur lange genug warten, dann ist jeden Abend ein Bescheuerter dabei, das ist super. Aber an der Stelle merkt man auch immer sehr schön, wer schon um sieben Uhr abends die Lampe anhat, ne? Wegen der Pandas wollte ich immer schon mal gerne nach Australien. Das hier gilt für Junge und auch für die Alten. Manchmal ist es besser, einfach mal die Fresse halten, einfach auch mal schweigen und schön locker bleiben. In eigenem Interesse, halt einfach mal die Fresse halten, nicht mitsingen, einfach mal die Fresse halten. In eigenem Interesse, ob Sachse oder Hesse, Fresse. Du machst mich ja so nervös hier vorne, ich merke das doch. Jetzt gibst du doch mal zu, wie nervös du mich machst. Ich merke das, ich merke das doch schon, ich merke das die anderen auch. Ich habe das schon die ganze Zeit gemerkt, wie diese sexuelle Energie auf die Bühne schwappt. Ich habe das so vorgegeben. Ich kam kaum hier raus und du hast mich mit deinen Blicken ja förmlich ausgezogen. Ich bin looking for, warum stupst ihr sie denn an? Gehört ihr alle zusammen? Nee, ist ja schön, wenn alle Einwohner da sind vom Blagenstein, freu mich. Ja, als ich hier ankam, Leute, dachte ich erst, ich wäre entführt worden. Aber dann dachte ich, oh nee, ist schön hier, ne? Und wo ist deine, dein, der da, deine? Kommt noch. Hast du dir schon gesagt, dass du spät bist, ne? Zur Zugabe bekommst du erst. Hat das irgendwie einen kausalen Zusammenhang? Das ist gut. Ja, du redest viel, ne? Merkste. Nee, ist nicht schlimm. Nee, wir waren, wir haben so, weißt du, du hast mich, ich habe das so sofort gemerkt, du machst mich so nervös, jetzt hast du mich ganz rausgebracht. Ich dachte, ihr gehört zusammen. Nee, gehört ihr nicht zusammen? Noch nicht. Noch nicht? Ah, noch nicht. Kleine Affäre, ne? Nee, macht richtig Bock hier, ey. So gut, ja. Ah, toll. Rudelbumsen in einer kleinen Affäre, mal sehen. Was ist noch so alles passiert? Bist du alleine gekommen? Oder wenn ich fragen darf, bist du alleine gekommen? Ich darf nicht fragen. Okay. Ich dachte, du hättest einen freigelassen, vielleicht weil er riecht. Ich weiß es ja nicht. Ah, ich bin looking for... Ich habe doch früher zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Mir machst du nix vor. Ah, ich bin looking for... Ey, ich habe früher zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Jetzt weiß ich auch endlich, woher wir uns kennen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich dich? Das ist ja so schön, dass du da bist, Nummer 64. Jetzt freut dich doch mal ein bisschen. Er freut sich gar nicht. Wieso freut er sich denn nicht? Ich bin's, dein Heiland. Weißt du noch? Was? Halt die Fresse. Hast du jetzt zu mir gesagt, oder was? So vorlaut wie immer, wie damals. Früher warst du auf Pillen, jetzt bist du auf Alk. Ich weiß nicht, was besser ist, 64. Weißt du, damals noch Station 18.3, weißt du noch? Wie du immer gemacht hast? Jija, hast du immer gemacht. Jija, weißt du noch? Ich mache heute auch noch. Ja, siehst du? Ist jetzt für die anderen ein bisschen langweilig vielleicht. Aber wir haben uns so gut verstanden. Ich habe mich so gefreut, als ich dich gerade gesehen habe. Jetzt mach doch mal ein bisschen mit, Mann. Freu dich doch mal. Ich bin's, weißt du noch? Weißt du noch unser Motto damals? Ich spuck manchmal, ich sag's nur. Halt das Display zu fest. Hast du ein Foto gemacht gerade? Kannst du machen. Nee, kannst du auch jetzt schon ein Foto machen. Kannst du auch filmen. Kannst du aber auch warten, bis ich mich am Ende des Abends vorne an den Bühnenrand stelle, die Hose runterlasse und den Propeller mache. Dann lohnt es sich. Aber da brauchst du ein viel, viel größeres Handy. 64. Das war auch nicht die Stelle in Eisenhüttenstadt, wo neulich keine Person mehr da war. Aber das ist ein anderes Thema. Damals unser Motto, weißt du noch, bei der Medikamentenvergabe, weißt du noch, was du weg hast, hast du weg. Schlag rein. Ach, lass. Nee, nee, weil es ja früher immer schon so schwitzige Finger gab. Ach, we're looking for freedom. Sowas musst du erst mal dichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und kennst du eigentlich Fifty Shades of Grey? Klar, tolles Lied. Ich hasse fach Idioten gelabern. Ich hab nichts gegen Ausländer, aber... Das hier gilt für Junge und auch für die Alten. Manchmal ist es besser, einfach mal die Fresse halten. Einfach auch mal schweigen und schön locker bleiben. In eigenem Interesse halt einfach mal die Fresse. Und jetzt gib nochmal alles hart zu singen. Jetzt mitsingen, bitte. Einfach mal die Fresse halten. Lauter. Einfach mal... Schön. Noch lauter. Einfach mal die Fresse halten. Einfach mal... Noch 20 Mal. Einfach mal die Fresse halten. In eigenem Interesse. Ob Sachse oder Hesse. Fresse. Ob Sachse oder Hesse. Fresse. Dankeschön. Ach. Hatte ihn. Ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören.